Hallöchen Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Mega Man X 100% Und zur vierten Episode, ich bin Debi und natürlich würde ich euch ganz herzlich zurück begrüßen Bevor wir zur letzten Stage von The Great Eight gehen, werde ich jetzt erstmal doch die paar Sachen mir noch holen, wo mir fehlen Oder gesagt, die Energiecontainer, die mir fehlen, werde ich uns jetzt noch schnell organisieren Fangen wir erstmal bei der Penguin Stage an So, ich zeige euch jetzt, wo hier der Energiecontainer ist, der ist ganz speziell, ganz speziell Oh, jetzt, oh, jetzt habe ich vergessen, wie die Knöpfe wieder funktionieren Eieieiei, katastrophal, katastrophal hier Dankeschön, komm, gib mir Energie Aua Du mit deinen hässlichen Minen Jo, du hässlicher Hase, ich mag, doch, ich mag Bugs Bunny Das darf ich nicht sagen Bugs Bunny ist cool Ist was, Doc? Oh So, boom Okay, das sind zwei unterwegs, drei waren es, okay Ja, sehr schön Jetzt kann ich wenigstens ein bisschen Energie vielleicht noch sammeln Sehr schön, oder? Wir haben hier keinen Container voll Nee, wir müssen erst den ersten Container voll machen, ist ja ja langweilig Komm, 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 alle beide Ach, da ist noch einer Oh, ein Leben Wunderbar, wir haben wieder zwei Leben Dramatisch Wundervoll Cool, noch ein Leben Ist ja das Wow, jetzt geht mir einer ab Wir haben drei Leben wieder Ist ja cool Ach komm, wir tun jetzt ein bisschen hier Energie sammeln Obwohl, ich mach jetzt die letzten zwei hier Und das war's dann Sehr schön, geht's weiter Sehr schön Immer aufpassen jetzt So Yes Boom Wunderbar Der erste Container ist voll Man hat das Geräusch gerade gehört Sehr schön Der nächste Container, der voll werden kann So, komm Hallo Das ist ja unfair Hätt's wenigstens da bleiben können Nein Ist ja bitter gewesen Jetzt haben wir Un Boah Unnötig Energie verloren Yo, ich mach grad den Scheiß-Treck Dankeschön So, jetzt aber Sehr gut Ein Container ist ja voll Wie viel ist der andere voll, ha? Ein Viertel, wenn man's jetzt so sieht So, okay Jetzt muss ich hier wieder aufpassen, glaub ich Wenn ich mich nicht ehre Ja Genau deswegen Ah, super Die Energie Ah, mir verharzt Oh, sehr schön Wunderbar So kann es doch mal laufen Wie geschmiert Das ist doch geschmiert Wie geschmiert Wunderbar Tu mir schön die Energiecontainer noch aufsammeln Äh, aufladen Sag ich aufsammeln schon Ich bin auch so ein Aufsammler Boing Sehr schön So, passt das? Ja, passt Sehr schön Gut, dann holen wir einmal hier den Flame Und mal das hier kaputt Und da ist Unser nächstes Energieteil Wunderbar, oder Leute? So, dann Gehen wir wieder raus Gehen wir zum Boomerang 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 So, dule Das tue ich euch natürlich jetzt vorspielen Weil das muss ihr jetzt ja nicht wirklich mitbekommen Sind wir mal ehrlich Bis ich zum Container komme So, dann bis gleich So Leute Da sind wir ja So, dann holen wir mal den Boomerang raus Boomerang Hat er einen Jump? Nein, doch nicht so Ist mir vorgestellt Nein, das haben wir jetzt auch in die falsche Richtung Ne, muss ich ein bisschen weiter zurück So Wunderbar Wunderbar Dann haben wir es Sehr schön Dann können wir jetzt wieder raus aus der Stage Sehr schön Der zweite Container ist auch fast voll Besser kann es ja nicht laufen Drei Leben Zwei Container fast voll Aber bevor wir dann zu den Sigma Stages natürlich gehen Müssen wir auf jeden Fall die restlichen Container sammeln So, dann gehen wir zur letzten Stage von den Crate 8 Und wir haben unseren Spaß mit einem wunderschönen Nun Mit dem Sting Chameleon Stinger, Stinger, Stinger Gut Ich finde, das ist die schrecklichste Stage eigentlich Ganz ehrlich Von das Komplette Oh, so schön Jetzt habe ich das Set mitbekommen Wunderbar So Ah, verdammt Das muss echt jetzt nicht wahr sein, oder? Komm Nein Warum Wieso Weshalb Komm Spring runter Energie hättest du mir auch geben können Okay Wir müssen jetzt da Oh Ah, sehr schön So Wapp Zack Genau da hoch müssen wir Das ist wichtig Weil hier kriegen wir unser nächstes Upgrade Für unsere Rüstung Oh, komm Der bescheuerte Freak hier Ich kann dich überhaupt nicht leiden So Sehr schön Immer auf dem Kopf muss man jetzt zielen Zack Wunderbar Wunderbar Sehr schön Ist immer ein Katze-Maus-Spiel Jetzt links, rechts, links, rechts Links, rechts, links, rechts Das ist so monoton Und Du bist so langweilig Komm Diesmal mag ich mal ein bisschen länger aufladen Jump Sehr schön, dass wir einen super Schlag machen So Boi Zack Boi Warum bist du so dumm? Du bist einfach so dumm So dumm Dum 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 Oh je Komm Geh langsam sterben Das reicht mit dir Komm schon Auf Ah Der raucht wenigstens schon mal Das ist doch schon mal vorteilhaft Boing Wow Wunderbar Nein, 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 nein Verdammt So Jetzt habe ich aus Versehen mal Ding gedrückt Eieieiei So Ich hoffe, dass euch auch der Rahmen gefällt Den ich gemacht habe Weil ich spiele es natürlich wieder auf der Wii U Von der Widow-Konsole Das Game Ich hoffe, dass es euch gefällt Ich habe mir echt wieder Mühe gegeben Mit dem X auf links und rechts natürlich Und voller Amor So Dumm Barararababam Ach komm Typli Es reicht Geh doch Gut Die letzte Kapsel Offizielle Kapsel So Diese Kapsel Ist ein neuer Schutz Für deinen Für deine Panzerung Vorm Körper Aber sie wird auf jeden Fall dafür zutragen, dass du 50% weniger Damage nimmst. Damage, oh, dass du weniger, oh, mir fällt gerade nicht das Wort ein. Meine Güte. So, jetzt sind wir in komplett Weiß. Sehr schön. Aber es gibt jetzt nichts Besonderes, außer dass er sich wirklich festhaltet dann in dem Moment. Und so, gut. Hier unten ist auch was, das ist wichtig. So, genau hier. So, da ist nämlich noch ein schöner Herzcontainer. So, ich mache hier auch jetzt alles kaputt. Gut, dass ich ein bisschen Anlauf habe. So, gut. Ah, komm. Sehr gut. Okay, das muss ich so machen. Nee, doch nicht so. Alter, geht doch. So, und jetzt. Jump! Oh! So, einer der letzten Container noch. Und einer fehlt uns. Nein. Oh, war das knapp. Aber ich glaube, ganz hoch komme ich nicht mehr. Ah, da habe ich halt einen Fehler gemacht, dass ich alles kaputt gemacht habe. Okay, Leute. Ich muss leider ein... Ich muss ein Leben opfern. Weil ich klappe nicht. Ach doch. Ach doch. Gut, dass ich es mal ausprobiert habe, dass ich auch da rüber hoch kann. Haha. Haben wir wenigstens Leben uns gespart. Ach. Das sind Steinmonster. Schmeiß die Steine. Ja, du schmeißt Steine. So, wo ist der nächste Steinmonster da? Boing! Und da geht er down. Aber sowas von down. Oh. Ja, ja. Komm. Tschüss. Tschüssi Kowski, mein Freund. Ja, du willst auch einen auf die Fresse. Ich weiß. Und tschüss. Sehr schön. Und ist es voll? Ah, fast. Falls ist der zweite Container auch voll. Oh, nochmal. Tschüss. So, du leh. Dann kommt jetzt auch langsam das nächste. Hier ist auch nämlich was. Ah, da. Jetzt haben wir es voll. Sehr schön. Sehr schön. Was hier? Nein, da ist es nicht. Weil ich muss ab und zu gucken, dass ich ins Falsche runtergehe. Und dann K.O. gehe. Das muss ja echt nicht sein. Ich glaube, das war hier. Hier muss es gewesen sein. Oder? Nein, auch nicht. Doch ein bisschen weiter weg. Hallo. Hallo, mein Freund. Oh, ein Leben. Jetzt haben wir vier Leben insgesamt. Ist ja cool. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Immer weiter so. Immer weiter. Aua, aua. Komm her. So gut. Komm, gib mir Energie. So, komm. Ja, Energie, 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 Energie. So, geh weg, geh weg. Ich will die Energie haben. Nein. Schade. Schade. Das wäre jetzt optimal gewesen noch. Ah, und da komme ich nur so hoch. Sehr gut. So, mein Roboter. Ah. Der halbe, der dritte Tank ist auch gut voll. Das ist doch optimal. Dü, 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 dü. Upsala. Bleib drin. Bleib drin. Wupp. Bleib drin. So. Jetzt kommt nämlich noch ein Roboter, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ah, doch. Ich hab mich doch richtig entsinnt. Komm. Sehr schön. Da gehst du down. Boing. Faustschlag. Oh. Verdammt. Ich hab's verpasst. Verdammt. Ja, ja. Verdammt. Verdammt. Ich hab den Energiecontainer versemmelt. Komm, ich geh noch... Ne, komm. Ich geh gleich zum Boss. Ich kann ja nochmal zur Stage danach rein. Egal. Truff geschissen. Ja, ja, ja. Komm. Geh mir einfach fern. Bleib mir fern. Bleib mir fern. Ich geh einfach jetzt zum Chamäleon. Zum Chamäleon. Mach gleich seine schlimmste Waffe. Gut. Das Chamäleon ist den Chamäleon. Auf geht's. Sehr schön. Das läuft schon mal wie geschmiert. Das ist der schlimmste Boss, den ich empfinde von diesem Game. So. Verdammt. Ah, ich hab ne Idee. Ich lade auf, lieber. So, jetzt. Dann kriegst du's richtig rein. Gekesselt. Verdammt. So. Ah, verdammt. Das gibt's nicht. Jetzt. What? Was geht? So, jetzt aber. Nein, ich treffe nicht. Oh, super. Ja. Sehr schön. Sehr schön. So, komm, komm. Nein. Ja, ja, ja. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, weiter, 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 weiter. Treff, 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 treff. Ah, super. Freak. So, aber jetzt. Bam. Nein. Yes. Noch einer. Bist du? Ja, komm. Da geht Sting Chameleon ordentlich down. Der letzte von den Great Aids ist Geschichte. Und jetzt wird's richtig heftig. Und jetzt verändert sich auch natürlich auch die Musik von unseren Great Aids Stages. Done. So, endlich haben wir Sigmas Versteck gefunden. Jetzt gehen wir rein und beenden diese ganze Geschichte, dieser Krieg gegen die Menschen. Ja, es ist soweit. So, aber jetzt, wie ich vorhin euch schon gesagt habe, wir gehen nochmal in die Sting Chameleon Stage. Und wir werden uns das eine letzte Herzcontainer holen, wo uns fehlt. Ja, 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 komm. Ja. Auf jeden Fall, man merkt auch, dass die viel weniger uns abziehen. Oha, und ich verkacke es gerade total. Oha, 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 du lachst mir zu viel. Wupp. Oh, komm. Ja, 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 ja. Hallo? Super, und ich komme nicht an den Energiecontainer ran. Sehr schön. So, geh down. Du gehst auch down. So, du hast was für mich? Hast du was für mich? Nee, hast du nicht. Weil du so unverschämt bist. Ja, und er lacht wieder, weil er mich getroffen hat. Der Babsack. So, das war knappe Geschichte. So, können wir ja gleich da runter gehen jetzt. Was geht, ey? Nein, 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 ich habe es verkackt, ich habe es verkackt, ich habe es verkackt. So, jetzt aber. Sehr schön. Energie geholt. Wunderbar. Oh, komm, gib mir wieder Energie. Wunderbar. Nein, wow. Wow, das war knapp, alles knapp. So, alter. So, ich glaube, das war eigentlich danach, nach dem hier, wenn ich mich nicht irre, Irgendwo hier muss es gewesen sein. Nein, da war es nicht. Doch, da muss es doch hier gewesen sein, irgendwo. Ja, hier. Oder? Nein, doch nicht. Hier, irgendwo war das. Das weiß ich. Dann war es doch hier. Nein, doch nicht. Verdammt. Verdammte Scheiße. Das ging ins Auge. So, du gehst down und gehst mir nicht so auf den Senkel. So, geh sterben. Wunderbar. Ja, klar. Lach nicht so viel. Das geht ins Auge, nämlich. Ganz schwer ins Auge. So, da war das eine. Oh, da geht er down. Yo. Sehr schön. Aua. So, komm. Sehr schön. So, jetzt gibst du mir noch ein bisschen Energie. Ich hab dir gesagt, du sollst mir Energie geben. Sonst nichts anderes. Boop. Ei, ei, ei. Also, einmal das machst du. Ah, sehr schön. Der dritte Container ist auch voll. So, warte. Nein, da ist es auch nicht. Wo ist es bitte? Ich werde gerade kehren. Aber sowas von. Ja, da war es auch nicht. Sehr schön. Was hier doch danach? Nochmal Leben holen wir hier. Ei, 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 ei. Weil da geht es wieder nicht runter. Das ist komisch. Das muss da irgendwo sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Da war es auf jeden Fall nicht. Aber muss es hier gewesen sein? Nein, auch nicht. Ich hab keinen Platz in Jimmer. Ich hab gerade keinen Platz in Jimmer. Hm. Muss man halt jetzt mal ausprobieren, ne? Wo es doch sein könnte. Das ist halt eine gute Frage. Aber das Leben nehmen wir natürlich mit. So. Warte mal. Kann es sein, dass es nicht hier war? Ich. Warte mal. Oh mein Gott. Ich weiß, wo es war. Oh, mir fällt das jetzt gerade spontan ein. Oh mein Gott. Das ist doch unmöglich gerade. Das war nicht hier. Sondern es war hier. bei der Armor Stage. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne tue. Ja. Das muss da gewesen sein. Ja. Das muss das. Ja. Genau. Das muss hier gewesen sein. So. Komm. Auf. Dann holen wir uns das letzte Herzteil. Dann haben wir voller Energie. Ja, komm. Mach jetzt halblang. Ja, komm. Mach jetzt. Oh. Ja. Weil dann dafür haben wir nämlich auch den Boomerang gebraucht. Das ist natürlich, könnte man auch die Sachen so vorherholen. Aber mit dem Boomerang ist es natürlich auch viel einfacher, wenn wir mal ehrlich sind. Oh, komm. Gestirben. 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 Aua. Ich fall jedes Mal wieder hinein. Drauf hinein. Aber egal. Oh. Sehr schön. So. Geh jetzt sterben. Sehr schön. Baum. 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 Komm. Gib mir Energie lieber. So. Voll aufladen. Das wird ja gleich eine reintreschen. Boing. So. Sehr schön. Wunderbar. Das klappt doch schon mal. Wie geschmiert. Wie geschmiert. Ah. Dazu kommen wir wenigstens auch. Elegant über die Stimme drüberjumpen. Ja. Diesmal habe ich es verkackt. Ist ja klar. Immer kann es ja nicht funktionieren, so wie ich es will. Das gibt es doch nicht. Ich habe den super Schuss verkackt. Nein, 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 nein. Komm. Aufladen, 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 aufladen. Komm schon. Erreicht es nicht langsam? Unmöglich. Komm. So was, so was, so was, weg, weg. Nein, nein, nein. Geht doch. Meine Güte. Nein, 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 nein. Die Energie will ich natürlich haben. Die schenke ich keinem. Dumm. Diese Musik ist einfach so episch. Ja, hier bin ich. Wupp. Hm. Das war knapp. Yes. Sehr schön. Energie. Da können wir wenigstens noch unsere letzten Teile auffüllen. Aber egal. Wir haben ja noch die wunderschöne Amor Stage, wo wir das machen können. Wo wir natürlich uns auch noch das Hadouken holen. Das ist fucked. Oh, ich glaube, hier muss es irgendwo gewesen sein jetzt. Wenn ich mich nicht irren tue. Hier muss es irgendwo gewesen sein. So, du gehst down. So, du gehst auch down. Komm, 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 komm. Ja, da oben ist es. Hab ich mir so fast gedacht. So, den Boomerang hole, nehme ich jetzt. Ah, super. Oh Gott. Ja. Wunderbar gemeistert. So, wir haben den letzten Herzcontainer bekommen. Das ist doch mal atemberaubend. Und dann können wir uns ja jetzt langsam beschäftigen. Sozusagen in der nächsten Episode werden wir dann... Oh, verdammt, sorry, Leute. Werden wir dann uns auf den Weg machen, um das Hadouken zu bekommen. Die Great Aids sind besiegt. Werden wir das Hadouken haben. Das wird es dann in der Kurzfassung sein. In dem Fall, obwohl, komm, ich mache es jetzt ganz schnell. Ich werde es jetzt so schneiden. Ihr wisst ja, wo ich hochspringen muss. Also werden wir uns dann gleich sehen, wenn ich es gemeistert habe, wenn wir die Kapsel haben. So, Leute. Da haben wir es endlich. Ich gebe dir ein ganz spezielles Geschenk. Und wenn ihr es schon mal sieht, Dr. Light sieht wie Ryo aus. Und jetzt komm in die Kapsel hinein. Nein. Hadouken! So, ich mache es auch nochmal. Komm, kriege ich es hin. Ja, wunderbar. Wir kennen unser Hadouken jetzt. Sehr schön. Sozusagen haben wir jetzt alles bekommen, was man in diesem Spiel bekommen kann. In der nächsten Episode beginnen wir oder begeben wir uns in die Sigma-Stages. Ich habe es geschafft, zwei Leben noch zu bekommen, dass wir fünf Leben insgesamt haben. Alle Energie-Container sind voll. Und Sigma, wir werden dir jetzt in den Arsch drehen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Davy. Tschüssi. Kowski. Tschüssi. 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 Tschüssi.